Hochwürden drückt ein Auge zu. Hochwürden! Aber mein Lieber, was ist denn? Ihr Schirm, Hochwürden. Ja, aber wie konnte denn das passieren? Ihr Schirm. Ich möchte beichten, Herr Bischof. Bitte? Hochwürden drückt ein Auge zu. Aber es gibt Augenblicke, in denen er kein Auge zudrückt, sondern schlitzohrig und nicht pingelig in der Wahl der Mittel seine Ziele verfolgt. Was habt ihr denn hier vor? Das sehen Sie doch. Damit die blöden Busse nicht durchkommen. Ihr seid wohl verrückt geworden, das ist strafbar. Was mache ich denn jetzt? Sie? Sie fahren das Schiff. Fabelhafter Druck, weiter halten! So sch- Sch- Weg, weg! Lassen Sie die Tür auf! Nein, wach halt noch selber! Und jetzt! Ei! Ei! Halt mich! Was? Das ist die Signalmunition! Das ist die Signalmunition! Ei! Exzellenz um Gottes Willen! Was haben Sie gemacht? Den Fahrplan eingehalten. Darauf trinken wir einen. Nein, 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 nein. Und der Himmel lacht dazu. Also gut, ein kleines. Hochwürden drückt ein Auge zu. Mit Troy Black, Bushi Glac... Danke. kym ,